Servus, ich bin's der Basti, ich stelle euch hier heute Schottentotten vor in der Neuauflage von Yellow, jetzt 2016 auf der Messe in Essen erschienen. Schottentotten ist schon ein etwas betagteres Spiel. Hier 1999 kam die erste Ausgabe raus, die sah in etwa so aus, das ist jetzt aber die von 2004, dann gab es noch eine von 2009 und was weiß ich, in verschiedenen Sprachen. 2013 gab es noch eine polnische und eine spanisch-französische, aber auf Deutsch eben schon lange keine mehr. Das heißt letztlich, auf Deutsch war das Spiel vergriffen und jetzt kommt hier die neu überarbeitete Ausgabe von Yellow in Englisch. Ob es eine deutsche gibt, kann man nur mutmaßen, ich schätze schon, genauso wie bei Diamant, aber eine offizielle Bestätigung gibt es derzeit noch nicht, also so eine Zeit, wo ich das Video jetzt hier drehe, noch nicht. Ja, hat den schönen Untertitel Kill or be killed, aber nicht killed wie getötet, sondern killed wie der Schottenrock. Ja, witzig, dass sie das noch mit drauf gedruckt haben, schöner Untertitel. Ja, das Ganze ist natürlich nach wie vor für zwei Personen ab acht Jahren und dauert ungefähr 20 Minuten. Wenn ihr sehen wollt, wie das Spiel gespielt wird, dann schaut euch die Regelerklärung an, ansonsten geht es dann weiter mit dem Fazit. In Schottentorten treten zwei Spieler mit ihren Clans gegeneinander an, um sich diese Grenzsteine in der Mitte hier zu sichern. Ziel des Spiels ist es entweder fünf der neun Grenzsteine, also die Mehrheit sich zu sichern, oder drei Grenzsteine, die direkt nebeneinander liegen. Ist das irgendwann der Fall, hat ein Spieler gewonnen. So, das machen wir, indem wir an diese Grenzsteine Kartenreihen anlegen. Diese Karten gehen von 1 bis 9, das haben sechs verschiedene Farben, sprich wir haben sechs mal neun Karten hier im Deck. So, ein Spieler kann aber immer nur auf die sechs Handkarten zurückgreifen, die er gerade eben auf der Hand hat. Moment, das sind sieben. Machen wir die weg. So, wir versuchen also mit drei Karten eine Kombination auszulegen an diesen Grenzstein, die besser ist als die Kombination, die der Gegner hat. Und da schauen wir uns jetzt hier mal diese Übersicht hier an. Da gibt es jetzt verschiedene Kategorien. Also die unterste Kategorie ist eine Wild Hand. Hier nennt sich das Sum. Also da wird einfach die Summe der Karten dann gezählt. Diese wird aber geschlagen von dieser Straight hier. Also das ist so eine kleine Straße, die kann eben verschiedene Farben haben. Die kleine Straße wird wiederum geschlagen von einem Flasch, das sich hier Color nennt. Ja, der Flasch wird wieder geschlagen von einer, von den Drillingen und Drillinge werden geschlagen von einer Straight Flasch. Das nennt sich hier Color Run. Also letztlich sind das so bisschen Pokerkombinationen, die man dann einfach gegeneinander ausspielt. Haben zwei Spieler eine Kartenkombination derselben Kategorie, angenommen beide hätten jetzt die Wild Hand, also diese Sum-Karte hier, dann würde man einfach die Punkte zusammenzählen und schauen, wer hat die bessere, die höhere Summe. Hier würde man schauen, wer hat die höhere Straße. Hier würde man auch schauen, wer hat die höhere Summe an gleichfarbigen Karten. Hier schaut man natürlich, wer hat den höheren Drilling. Also wenn einer drei Sechser auslegt, gewinnt der mit sieben, acht oder neun Sechsern. Und wenn hier bei der Straight Flasch sozusagen, bei dem Color Run, da gewinnt derjenige, der einfach den besseren, also die höhere Straße der gleichen Farbe bildet. So, das Ganze funktioniert jetzt einfach so, dass ein Spieler jetzt hier eine Karte anlegt, kann an jeden Grenzstein, den er möchte anlegen. Angenommen, ich mach das mal so jetzt hier, zieh eine Karte nach, dann ist schon mein Gegenspieler an der Reihe. Er legt hier eine Karte an und zieht nach. Als nächstes lege ich wieder eine Karte an, ihr seht schon, ich will hier auf eine Straight Flasche hinaus, die ziemlich stark ist, aber der Gegner denkt sich, denkste, das versuche ich auch. Ich warte mal, ob ich hier vielleicht die vier bekomme, dann habe ich drei, vier, fünf in der gleichen Farbe, zieht nach, so. Und jetzt lege ich meine vielleicht letzte Karte, wenn ich es gerade so zufällig auf der Hand habe. Das ist natürlich alles zufällig hier. So, ziehe ich natürlich auch wieder nach. Moment, ich muss zwei Karten haben, ich habe vorhin vergessen. So, jetzt ist dieser Spieler an der Reihe, er hat jetzt keine lila fünf gezogen, jetzt könnte er vielleicht an einem anderen Stein eine neue Reihe beginnen. Angenommen, er will jetzt hier vielleicht auf, ja, ein Drilling Vierer spielen, könnte er hier dann auslegen, beispielsweise. So, einen Grenzstein gewinnt man immer dann, wenn beide alle drei Karten gelegt haben, dann steht ja letztlich ein Sieger fest und dann bekommt derjenige den Stein. Sollte ich es aber schaffen zu beweisen, dass dieser Spieler hier nicht mehr gewinnen kann mit den bereits ausliegenden Karten, dann kann ich mir diesen Grenzstein schon vorzeitig schnappen. Also, ich habe jetzt hier zufällig, die Karte auf der Hand, die mein Gegenspieler braucht. Sobald ich die also jetzt ausspiele, kann ich sagen, hey, du kannst deine Straightflasche überhaupt nicht mehr schaffen, dir fehlt die vier dazu, die liegt nämlich hier. Also bekomme ich diesen Grenzstein schon vorab. Das hat den Vorteil, dass der Spieler ab jetzt hier keine Karte mehr anlegen kann. Und das ist oft ziemlich nützlich, wenn man noch Karten legen kann, denn oftmal hat man Karten auf der Hand, die man loswerden möchte, die einfach Müll sind. Und die möchte man dann irgendwo auf einen Kartenstapel schmeißen, der vielleicht eh schon verloren ist oder wo man gar nicht unbedingt gewinnen möchte. Und dadurch verhindere ich, dass der Gegner jetzt hier eine unpassende Karte abwerfen oder ablegen kann. So, und das Ganze geht jetzt, wie gesagt, so lange hin und her, bis eben entweder einer drei nebeneinander hat oder fünf Steine für sich gewonnen hat. Oder bis der Kartenstapel leer ist, dann ist natürlich auch überall klar, wer gewinnt hier was. Ja, das war das ganze Spiel. Und jetzt kommen auch noch solche Taktikkarten hinzu. Das ist ein Extra-Deck. Das ist dann für fortgeschrittene Spieler. Hier kann man dann eben immer entscheiden, von welchem Stapel man ziehen möchte. Und kann diese Karten dann taktisch einsetzen, um zum Beispiel den Gegner eine Karte zu klauen, Karten zu verschieben. Dann gibt es hier zum Beispiel Joker-Karten. Hier kann man die Farbe und die Wertigkeit festlegen. Hier kann man die Farbe festlegen. Das ist praktisch eine 1-2-3, ein 1-2-3-Joker. Oder hier haben wir einen 7er-Joker drin. Und so weiter und so fort. Das sind also noch so zusätzliche Karten, die bei der fortgeschrittenen Variante mit ins Spiel kommen können. Ja, zunächst mal zur Aufmachung von Schotten-Totten. Dies wurde ja komplett neu überarbeitet. Bei dem alten hätte ich ja lieber ein Asterix-Thema gehabt, statt irgendwelche Schotten-Totten. Das finde ich witziger gefunden. Hier haben sie es jetzt aber trotzdem bei Schotten-Totten belassen. Auch wieder kein Asterix. Aber das wirklich komplett grafisch überarbeitet. Anderes Kartenformat, andere Grenzsteine, die mit dabei sind. Ich zeige euch das Material jetzt einfach mal in einem kurzen Ausschnitt, dann bin ich gleich wieder da. Schauen wir uns das Material mal an, das neue. Wir haben hier oben die alte Ausgabe und hier die neue. Also Übersichtskärtchen, dann die Grenzsteine, die jetzt solche Tokens geworden sind. Und dann sieht man, hat sich auch das Kartenformat verändert und natürlich auch die Grafiken. Wir haben jetzt eben nicht nur Männer, sondern auch Kriegerinnen. Also wurde auch ans andere Geschlecht gedacht. Und es sind richtig cool, richtig coole Grafiken. Also ich gehe mal hier ein bisschen näher drauf. Diese Dame hier, echt schön gemacht. Und der Vorteil ist auch, jetzt wurde in dieser neuen Ausgabe auch an farbenblinde Menschen gedacht. Ihr seht hier oben auf den Karten sind jetzt auch Symbole drauf, die die Farben symbolisch voneinander unterscheiden, so dass Leute, die da Schwierigkeiten haben, das auch spielen können ohne größere Probleme. Also hier sieht man auf jeden Fall schon mal den Vorteil dieser neuen Variante, dass hier an die Farben blinden Menschen gedacht wurde. Ansonsten bleibt ja letztlich alles gleich vom Spielprinzip her. Klar, ob einem das Grafikdesign jetzt gefällt oder nicht, ob das alles schön ist oder nicht, das ist natürlich Geschmackssache. Das neue ist einfach ein bisschen peppiger, ein bisschen, sag ich mal, ja, reiserischer irgendwie. Das alte ist halt so richtig schön klassisch, gefällt mir nach wie vor ziemlich gut. Ja, aber wie gesagt, das ist reine Geschmackssache und vom Spielprinzip her gebe ich dem Spiel nach wie vor vier von fünf Lamas, denn es ist nach wie vor einfach ein richtig schönes, klassisches, einfaches Kartenspiel, das aber doch eine gewisse Tiefe hat, wenn man das dann häufiger spielt. Denn anders als bei anderen Ablegespiele, die Rainer Knizia oder sonst jemand gemacht hat, ja, kann man sich da letztlich, kann man da noch einiges rausholen, auch wenn man schlechte Karten zieht, auch wenn man vielleicht mal einen Fehler gemacht hat, kann man sich davon auch wieder erholen. Und daher denke ich, ist es schon eins der besten Kartenablage-Spiele zumindest für zwei Spieler und gefällt mir nach wie vor sehr gut. Es ist immer in meinem Reisegepäck mit dabei, wenn ich irgendwo hinfahre, vielleicht mit meiner Frau oder mit jemand anderem zusammen, einfach ein schnelles Zweierspiel, das man rausholen kann, das man eigentlich überall spielen kann, sobald man irgendwie einen kleinen Tisch oder eine Ablagefläche hat. Passt es immer ganz gut, es ist einfach, man kann es jedem erklären. Man hat natürlich als erfahrener Spieler, obwohl das Spiel ja doch keinen zu verachtenden Glücksfaktor hat, einen immensen Vorteil durch die Erfahrung, durch gewisse Tricks und Kniffe, die man anwenden kann, die man einfach im Laufe der Zeit lernt. Sag ich mal, ist es mit neuen Spielern, wenn man nicht auf einer Ebene spielt, dann schon ein bisschen witzlos. Also meine Frau hat es noch nicht oft gespielt, wir haben es jetzt mal nach langer Zeit wieder mal zusammen gespielt und ja, also dadurch, dass sie es eben nicht so intus hat und noch nicht so häufig gespielt hat wie ich, bei mir sind es jetzt an die 300 Mal, 200 Mal oder über 250 Mal im Internet, bei Jokata, als es noch online war und da ist es auch noch da habe ich wirklich, also wirklich über 60, 65 Prozent der Spiele gewonnen, das sieht man also auch, das ist, da ist schon ein bisschen Skill mit dabei, sonst wird es sich ja irgendwo bei 50, 50 einpendeln, bei so vielen Spielen, aber da ist einfach der überfahrene, der erfahrene Spiel schon überlegen, weil er den einen oder anderen Trick, den einen oder anderen Kniff kennt. Es kommt viel aufs Timing an, es kommt darauf an, welche Karten spiele ich wann, es kommt darauf an, vielleicht nicht zu viel Informationen preiszugeben, manche Informationen vielleicht bewusst zurückzuhalten, damit der Gegner in die falsche Richtung läuft und so weiter und so fort. Also auch so dieses, dieses Zwischenmenschliche, mal so ein bisschen den anderen einschätzen, ist natürlich auch ein bisschen mit dabei und da sage ich mal, wie gesagt, ist der erfahrene im Vorteil. Deshalb finde ich nach wie vor diese Taktikkarten, die sie auch wieder gemacht haben, auch wieder reingepackt haben in die Schachtel, was ich gut finde, weil manche mögen das ja vielleicht, finde ich aber selber nach wie vor nicht schön, weil es einfach in einem Spiel, das schon Glücksfaktor hat, noch einen größeren Glücksfaktor reinbringt, weil diese Karten untereinander schon so unterschiedlich stark sind und dann auch noch Sachen verändert werden können, auf die man sich eigentlich verlassen will. Weil man baut ja seine Strategie, seine Taktik, Informationen auf dem Tisch liegen und wenn dann plötzlich so Karten geklaut werden können oder hin und her geschoben werden können, auf was kann ich mich dann überhaupt verlassen in dem Spiel? Und finde ich, macht es chaotischer und schwieriger, als es eigentlich sein müsste. Es ist für mich im Grundspiel einfach so das schön reduzierte, das aufs Wesentliche beschränkte Kartenablegespiel, das einfach immer wieder Spaß macht. Also da, wirklich auch wieder ein Lob an Yellow, dass sie da jetzt versuchen, auch mal gute alte Spiele wieder neu zu beleben, denn warum das Rad immer neu erfinden? Bei Diamant haben sie es ja auch gemacht. Warum nicht alte Spiele neu auflegen? Klar, es ist immer so eine Lizenzgeschichte dann und vielleicht mit gewissen Kosten verbunden dadurch, aber ja, wenn sich ein Spiel bewährt hat, wenn es beliebt ist, warum bringt man es dann nicht neu raus? Weil jeder, der es spielen will, muss dann immense Preise im Internet bezahlen, dann doch lieber Neuauflage, jeder kommt günstig ran und ich glaube, das ist auch relativ risikolos, ein altes Spiel, das gut war, neu aufzulegen, denn das verkaufte ich sowieso dann wieder. Ja, also Schottentotten in der Neuauflage von Yellow nach wie vor gut und ich kann es empfehlen, wenn euch diese Rezension gefallen hat, was gebracht hat, dann gebt mir einfach einen Daumen. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, das spielt schön. Servus. Worum geht es in dem Spiel? Wir haben hier, ja, auf dem Cover sieht man schon so ein bisschen Indiana Jones Feeling. Wir spielen also Forscher, die im Urwald eine oder beziehungsweise mehrere Höhlen erforschen und versuchen da viele Schätze zu finden. Es geht um Rubine und Relikte, die wir da versuchen zu bergen. Das Ganze ist aber nicht ganz ungefährlich, denn man kann nach jeder Wegbiegung sozusagen entscheiden, geht man weiter in die Höhle rein, versucht noch mehr Schätze herauszuholen oder steigt man lieber aus.